Hallo zusammen, hier ist Chris von Kreuzfahrtsüchtig. Schön, dass ihr wieder reinschaut und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tja, wenn ihr dieses Video seht, sind wir bereits einen Tag unterwegs an Bord von AIDA Prima auf unserer Route Kanaren und Madeira 3. Und ja, in diesem Video wollen wir euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was ihr in den kommenden Vlog-Folgen sehen werdet. Los geht die Reise am 10. Februar 2018. Wir fliegen mit Twifly von Stuttgart nach Las Palmas de Gran Canaria und von dort geht es dann mit dem Limousin-Shuttle direkt zur AIDA Prima, wo uns dann unsere Außenkabine erwarten wird. Ja, und am 11. Februar sind wir dann schon auf See und zwar auf dem Weg von Las Palmas de Gran Canaria nach Funchal auf Madeira. Und das gibt uns zum ersten Mal die Gelegenheit der AIDA Prima für uns zu entdecken, anzuschauen, auszuprobieren. Und aus diesem Grund haben wir uns auch schon abends einen Tisch im Casanova reserviert. Das ist ja eines der neuen Bedienrestaurants auf AIDA Prima. Italienisches Essen soll dort geboten werden und wir sind schon unheimlich gespannt auf die Küche. Am nächsten Morgen erreichen wir dann Funchal auf Madeira und hier wartet dann schon unser Mietwagen auf uns, mit dem wir uns die Insel anschauen werden. Letztes Jahr, als wir auf Madeira waren, haben wir uns eher die Stadt Funchal angeschaut. Das war auch fantastisch, aber wir haben halt relativ wenig von der Insel gesehen. Und das möchten wir in diesem Jahr ändern und dementsprechend haben wir eine etwas größere Tour über die Insel vor. Erster Stopp wird auf jeden Fall Cabo Girau sein. Die höchste Steilküste Europas. 580 Meter sind wir dann über dem Meer. Und das Spannende ist der Aussichtspunkt, den es dort gibt. Und dort kann man auch einem Glasboden in dieser Höhe über das Meer hinausgehen. Das wird mit Sicherheit einmal sehr imposant vom Anblick her und dann auch etwas Nervenkitzel beinhalten. Weiter geht's dann zu den Höhlen von Sao Vicente. Da freuen wir uns auch drauf. Das ist ein Höhlensystem auf Madeira, was man besuchergerecht aufbereitet hat. Und da freuen wir uns einmal auf die Pre-Show und dann natürlich auf den Besuch der Höhlen. Und ja, je nachdem wie das Wetter dann sein wird, entweder wenn es warm ist, werden wir nach Porto Moniz fahren. Dort gibt es wunderschöne Meerespools im Norden der Insel, wo man in der Brandung in einem richtigen Pool schwimmen kann. Also das muss fantastisch sein. Sollte das Wetter nicht so ganz warm sein, dann wird es wahrscheinlich eher eine Wanderung auf den höchsten Berg des Eilands werden auf den Pico Ruivo. Und das lässt sich auch relativ einfach bewerkstelligen, weil es dort in Gipfelnähe einen Parkplatz gibt. Ja, wir werden sehen, ob die Zeit reicht, entweder Porto Moniz oder Pico Ruivo mitzunehmen. Wenn es sich irgendwie zeitlich einrichten lässt, werden wir das natürlich tun. Ja, und dann haben wir wieder einen Seetag vor uns auf dem Weg nach Teneriffa. Und für diesen Tag haben wir uns im French Kiss einen Tisch reserviert. Da werden wir uns abends also dem französischen Bedienrestaurant zuwenden und tagsüber natürlich wieder die Annehmlichkeiten des Schiffes genießen. Am nächsten Morgen erreichen wir dann auch schon Teneriffa und da werden wir uns relativ früh zur Mietwagenstation aufmachen, denn wir haben eine Verabredung an der Seilbahnstation. Wir haben ein zeitgebundenes Ticket für die Fahrt auf den Pico del Teide gebucht und das wird mit Sicherheit ein ganz besonderes Erlebnis werden. Der Pico del Teide ist mit seinen 3.700 Metern ja auch der höchste Berg auf spanischem Staatsgebiet. Tja, und falls es sich zeitlich dann noch einrichten lässt, werden wir noch etwas in den Süden fahren. Dort soll es einen sehr schönen Kamelpark geben und das wäre für Benni und Tine natürlich die Gelegenheit, nochmal Kamelreiten zu machen. Das hat ihnen letztes Jahr ja schon auf Lanzarote super gefallen und das wäre eigentlich auch ein schöner Kontrast zum doch sehr archaischen Besuch des Gipfels. Am nächsten Morgen sind wir dann auf Fuerteventura zu Gast und dort wird es wieder eine Tour mit dem Mietwagen über die Insel geben. Letztes Mal 2017 waren wir im Norden der Insel unterwegs, dieses Mal zieht es uns etwas mehr nach Süden und an die Westseite der Insel und so verläuft unsere Tour erstmal etwas nach Süden und zwar zu den Salinas del Carmen. Dort kann man im Salzmuseum die Herstellung von Meersalz erlernen und beobachten. Und dann geht es weiter Richtung Süden und zwar zum Leuchtturm von Entalada und das soll einer der schönsten Leuchttürme auf den Kanarischen Inseln sein. Mit einer ganz besonderen Architektur, da freuen wir uns sehr drauf. Und dann geht es Richtung Westen, dort werden wir die Höhlen von Ajuy besuchen. Dort sollen ja früher Piraten gelebt haben. Tja und falls es zeitlich irgendwie passt, werden wir noch versuchen das Ziegenkäsemuseum zu besuchen. Dort soll man den leckeren Käse auch probieren können. Am nächsten Morgen erreichen wir dann auch schon das letzte Ziel unserer Reise, nämlich die wunderschöne Insel Lanzarote. Und auch hier haben wir uns wieder einen Mietwagen gebucht. Es gibt einiges, was wir uns noch anschauen wollen, was wir 2017 nicht geschafft haben. Unter anderem das Besucherzentrum Isle de Ilario im Thiemannfeier Nationalpark. Das wird das erste Ziel dieses Tages sein. Also wir hoffen einfach, dass wir vor den ganzen Touristenbussen dann vor Ort sein können, um nicht eine sehr lange Wartezeit bei der Einfahrt in den Nationalpark zu haben. Danach wird es Richtung Norden gehen zur Fundación César Manrique, also einem der wichtigsten Orte für diesen sehr berühmten Inselkünstler der Kanaren. Und dann geht es noch weiter nach Norden und zwar zum Mirador del Rio, diesem wunderschönen Aussichtspunkt, für dessen Gestaltung eben auch César Manrique verantwortlich zeichnet. Ja, dann wird es auf dem Rückweg, sofern es der Zeitplan zulässt, dann noch einen Stopp im Kaktusgarten geben, im Jardin de Cactus. Das haben wir auf der letzten Reise leider nicht mehr geschafft und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es zeitlich dieses Mal schaffen werden. Ja, und am nächsten Morgen ist unsere Reise dann auch schon wieder zu Ende. AIDA Prima macht wieder in Las Palmas de Gran Canaria fest. Und ja, für uns geht es nicht ganz so früh vom Schiff. Wir haben bei AIDA eine Tageskabine gebucht. Das heißt, wir können uns noch bis nachmittags auf dem Schiff aufhalten. Das werden wir auch tun. Vielleicht noch mal die eine oder andere Annehmlichkeit des Schiffs genießen, noch in Ruhe dort zum Mittagessen. Und dann wird nachmittags unser Transfer zum Flughafen gehen, von dem uns dann TUI Fly wieder nach Stuttgart zurückbringt. Ja, und das ist sie, unsere erste Reise 2018 auf die Kanaren mit AIDA Prima. Ja, und ich hoffe sehr, dass euch diese Preview gefallen hat. Wenn dem so warten, würden wir uns freuen. Lasst uns einen Daumen nach oben da oder gerne auch ein Abo. Und tja, bald sind wir zurück. Und dann kommen die ersten Vlog-Folgen. Und ich glaube, darauf könnt ihr euch wirklich freuen. Bis dahin bleibe ich, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig und sage, macht's gut und tschüss.